So schnell vergeht die Zeit, da haben wir den Marius Zaus gefilmt, da war er im Alter seines jetzigen Gegners. Also noch nicht einmal 14. Jetzt ist er fast schon fast. Der Altmeister hier. Marius Zaus, die Nummer 2 beim Regionalligisten D-O-K. Ja, der Feldrich, kleine Art in der Fränkischen Schweiz, irgendwo zwischen Nürnberg, Erlangen, Folchheim, Bamberg, Rechtshausen. In der Saison mussten sie hallmässig sogar auf die kleine Ortschaft Uedensdorf ausweichen, noch kleiner als der Feldrich. Aber der Feldrich ist ja ein ganz großer Stützpunkt in Oberfranken. Da gibt es auch Future Spin, also diesen Bein über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten Tischtennis-Service von Jürgen Wenninger und Co. Das ist alles in einem und dasselbe, ein Betrieb. Und das spielt er schon seit vielen Jahren. Mehrfacher bayerischer Meister und er hätte noch einige Titel mehr, wenn er nicht immer wieder in seiner Altersstufe, in seinem Jahrgang auf Kilian Ort gekommen wäre. Der, der halt einen Tick besser war, vor allen Dingen auch im Vergleich mit anderen, Kilian Ort ja mittlerweile im erweiterten Klub der Nationalmannschaft. Auf der anderen Seite jemand, der da unbedingt hin ging, der am liebsten in drei oder vier Jahren in der ersten Mannschaft beim TV-Hilfenstein spielen würde. Nämlich in der zweiten Bundesliga. Hannes Hörmann, das große Talent der Hilfensteiner. Er hat einen Bruder, der spielt, nicht ganz so erfolgreich, der größere Bruder, aber auch sehr gut. Ganz sympathische Eltern. Ich hoffe, es wird ein interessantes Spielaufschlag Marius Zaus gegen Hannes Hörmann vom TV-Hilfenstein. Ich hoffe, es wird ein interessantes Spielaufschlag Marius Zaus. Ich hoffe, es wird ein interessantes Spielaufschlag Marius Zaus. Vielen Dank. 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 ... 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